930 Sekunden, das ist jetzt nicht die schnellste Zeit. 1,26,66, um es genau zu nehmen, muss er schlagen. Schwebende Trampoline. Fliegenklatsche, gemeistert. Vielleicht guckt mal jemand nach der Frau. Ob es der gut geht? Die Schwebenden, holt er wieder Zeit auf. Das ist vorbildlich. Der versteichelte Herd, macht er in einem Rund, ist denn sowas? Ist denn das ein Wahnsichtsmann? Das ist die Bestzeit. 11,82, Sascha Klein.